ich komme hier wirklich nicht weiter muss jetzt jede komplette lösung beanspruchen oder was ist los knopf drücken vielleicht kann ich mit dem schlüssel den knopf drücken und in der einsperren vielleicht dann können wir dann ruhe vielleicht immer den schlüssel werfen ich versuch es mal ich meine wir haben jetzt weiterkommen tun wir jetzt sowieso nicht hängen jetzt sowieso noch fest muss jetzt ein bisschen experimentieren ist hier mal wieder blind kurzer test stream ja ganz noch jetzt kurz twitch kanal updaten und bis in photoshop zeugs ach hast du dir photoshop gekauft molly zwinker zwinker natürlich komplett egal die vollversion 50 euro im monat das adobe hat sich neu gewohnt zwinker smiley wie alle wissen ja natürlich habe ich 50 euro übrig wir haben alle die 50 euro übrig pro monat das adobe pro paket ich würde die schlüssel gegenwerfen das wäre wahrscheinlich die glückste idee gewesen auch ich habe den fuß verletzt meine zuckungen ich glaube wir müssen da rein das habe ich bisher noch nicht geschafft was willst du von mir spielen was soll ich hier tun modi hast du eine idee ich komme in diesem raum nicht weiter schlüssel werfen wir jetzt noch mal eine idee schlüssel gegen den knopf werfen und dem die tür vor der nase zu schneiden zu steigt ich weiß das nicht ich greife den schlüssel drinnen da raus und dann er kommt ja mit dem fahrstück gleich weiter fahrstück immer nicht zu schließen naja streamste bald mal auf twitch da freue ich mich doch schon darauf wenn du es mal gepackt kriegst zu streamen und wenn denn dann mal nicht immer nicht technische probleme bei der podcast aufnahme hast zur abwechslung gar nicht wenn du es auf den kaputten rechner schiebst ja ja der rechner ist schuld wissen wir alle jetzt zählt die aufgabe nicht mehr jetzt kommt das ganze mit auf jetzt kannst du mit der ausrede nicht mehr kommen ja schlüssel schlüssel werfen wollten wir ok das wird nichts mit dem schlüssel werfen jetzt nimmt ihn doch wieder hoch ok ok der bemerkt auf jeden fall dass wir da runter kommen wie werden wir den berufs ich komme gerade von trittschnippen als perfekt das freut mich streamste gerade selbst oder was machst du rations stream modi reagiert auf zwangie streamt was machen wir was macht hier was willst du von mir spiel die klappe geöffnet krieg ich nicht obwohl die hatte ich auch schon mal auf ich habe die schnauze voll und was willst du von mir spiel hey ein prozent auslastung wird es 90 prozent auslastung vorher ja wenn sie von unterschied ok ja das ist ein unterschied und folge als hast du spielst ja das habe ich schon gesehen dass du folge als spielst so komplett lösung ich habe jetzt die schnauze voll komplett lösung samanmara wenn ich nicht samanmara wer ist das spiel leiden leidmars samanmara wollte ich nachher noch aufnehmen vielleicht bin ich mit dem kopf schon ein weiter ich habe jetzt die schnauze voll ich komme jetzt nicht ich habe jetzt keine idee mehr gehen mir die ideen aus wie ich weiterkomme gibt es hier eine idee wie man weitermachen kann hier müssen wir sowieso mal warten so was denn das ist mir auch nicht passiert da bin ich auch noch nicht gestorben das habe ich jetzt bei beim friedem ist kurz ganz oft gesehen der sommer hat das viel gebracht ein paar noten bringen das mittlerweile auch ich glaube da spielt mittlerweile so ziemlich jeder große youtuber und ich weiß nicht was man daran finden soll also naja ich sehe es irgendwie kriegs irgendwie nicht was da sind gutes multiplayer spiel ja ich sehe den spaß daran noch nicht alles ist da das bestimmt jetzt gerade sehr gut für klicks wenn du da und dann folge ist stream bringst oder du machst das wird bestimmt ich bin jetzt bestimmt da ist die großen youtuber spielen noch einige klicks aber wenn man es mal unabhängig von den klicks spielt ok dann blickt das auf jeden fall wenn man damit dem mit dem fahrstuhl runterfahren dann geht das auf jeden fall gebrochen der sofort mit mit dabei das ist jetzt die aufschließen wir müssen aufschließen ok aber was dann kommst du ja schon um die ecke kann man es irgendwie zu können wir zu machen kann man nicht okay kommen wir eine klappe ran greift uns gleich ich bin verzweifelt was mache ich hier okay vollgeist ist einfach lustig und es macht spaß sieht für mich nicht so groß mir wird es so sieht ich habe nicht den eindruck jetzt könnte es mir spaß machen so ich gucke mir jetzt mal an wie ich das hier auf youtube okay soweit sind wir schon hier das ist das mit der Fleischwolf anmachen ist klar Schlüssel an den Schlüssel den kommen wir schon ran jetzt musst du erst mal sein Krams drauf am Tisch holen mit dem Schlüssel an den Werk an den Fahrstuhl ran an den Werkstuhl ok na dann aufschließen soweit waren wir auch schon aber wie kommst du denn von dem ach Nasichi das habe ich ja noch gar nicht gesehen da kannst du dich verstecken da sind wir noch gar nicht gestorben jetzt hat er uns hier geblickt aber ich weiß jetzt wie ich weiterkomme ach es ist komm das kannst du mir nicht verraten dass man das von selta dass man da von selbst drauf kommen kann jetzt mal an Simpli und an alle Zuschauer an Modi und so weiter ich zeige es euch gleich mal wie man da weiterkommt wo man sich da verstecken kann ganz ehrlich sagt mir mal dass ihr das gleich geblickt habt dass ihr das gesehen habt ich meine Zuschauer haben das sowieso gesehen wenn ihr später ein Let's Play gucken Stream Aufzeichnungen haben das alle gesehen haben sie alle gedacht was machst du hier zwergeln du kannst dich doch dort verstecken jetzt mal ganz ehrlich andros herz ich das euch gleich zeige hättet ihr das gesehen so ich will jetzt meinen schlüssel mal die Kinder spielen natürlich in und auswendig da weiß schon wie das geht das Abenden Aufzug wir haben ein bisschen Zeit aber der kommt das sofort nach der hat das ist so programmiert und auf jeden Fall hinterher und drehen und durch na komm jetzt mach's doch mal da können wir uns rein verstecken da rein da ist ein Schlitz da können wir durch wenn wir uns noch richtig ducken das habe ich natürlich wieder vergeigt das ist keine Kiste das ist ein dies Ruhlin drin können wir uns dort verstecken wie drüben bei der Käsekiste müssen wir noch mal schaffen müssen wir uns noch richtig ducken und so weiter dann komme ich vielleicht doch heute ein Raum weiter so bin ich noch gar nicht gestorben da kriegt mich da kriegt mich ich präsentiere euch heute hier einfach mal alle Tode die es in Little Nightmares in diesem Raum so gibt es das ist jetzt auch ein 100% Tode let's play das ist können wir einfach mal so machen können wir einfach mal ist auch zu eurer Unterhaltung damit ihr mal auch alle Aspekte des Spiels seht und ja auch wisst wie man so sterben kann immer verschiedenste Arten von Tonen also an der Stelle bin ich zum Beispiel noch nicht gestorben das habe ich euch noch nicht gezeigt das ist jetzt für die Vollständigkeit des Let's Plates für den Stream jetzt für die Vollständigkeit nochmal ganz gut jetzt kommen wir hier rüber jetzt komme ich hier nicht weiter jetzt hol dir eine Wurst von drüben ab na so macht er offensichtlich jetzt nicht ok jetzt Aufmerksamkeit auf den Flashwave und weg hier das zu holen hops und hops Schlüssel und runter mit dir und voll möhren so jetzt mal hier aufschließen den könnte ich vielleicht auch mal springen wenn ich schlechten hätte ich dann noch ein bisschen mehr Zeit hier mal aufzuschließen und da mal mich zu verstecken die 3 Sekunden bloß vergoldern na komm hier mal durch und jetzt versteck dich hier mal ich brauche eine Zeit fuck 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 ich habe langsam die Schnauze von dem hier verkacken im die hier 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 Untertitelung des ZDF, 2020